Im heutigen Video geht es um wieder eine Challenge, die ihr mir gegeben habt. Und zwar soll ich bitte die Stasis-Pistole mit einer Sniper spielen auf dem Stasis-Log, aber ich darf die Sniper nur benutzen, wenn einer eingefroren ist. Und dazu soll ich bitte noch... Was? Das spreche ich nicht aus. Diese Handschuhe spielen für die Doppel-Stasis-Nade. Ich bin gespannt drauf. Die Pistole habe ich, mein Cut zumindest freigeschalten, aber noch nicht gelevelt, wie man sieht. Der ist auf 25%, also nicht so oft benutzt. Meine Sniper, die ihr liebt, müsstet ihr kennen. Mein Roll hier ist immer noch dasselbe, wirkliche, mit keiner Ablenkung, Prallgeschosse, Karnierter und Zielkorrektur. Ich bin gespannt drauf, denn mit Pistols werde ich momentan sogar ziemlich warm, würde ich sagen. Aber ich darf die Sniper nur benutzen, wenn er eingefroren ist. Das kann ein bisschen schwierig werden. Aber das Loadout kommt von der Vision und der Vision meinte, gut, ey, wenn du es spielst, spiele ich es mit, von daher haben wir es beide drin. Das heißt, es wird interessant. Und vielleicht schaffen wir es auch uns gegenseitig, zwölf mit dem Einfrieren. Mal gucken. Wie genau wir das hinbekommen werden, finden wir jetzt einfach gemeinsam raus, oder? Ab ins Gämpel, let's go. Ich kriege nur noch Fragment? Du hast jetzt in jedem Video Fragment? Obwohl, nein, in dem Video nehme ich kein Fragment. Okay, Wischen. Das heißt, ich darf Leute mit der Sniper nur killen, wenn ich sie einfrühe, sagst du. Ja, exactly. Zählt auch geslowt? Nein. Nein. Was? Okay, wer wurde von irgendwas gehit, dass ich sterbe? Das ist frech. Okay, aber es zählt auch, wenn du sie einfrischst, theoretisch, ne? Ja, ja, das geht. Okay, 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 okay. Ich frühe meinen Einfirm, ich habe es eine halbe Stunde in der Hand. Ich glaube, wir sind da her. Komm. Ja, komm, da los. Frühe ihn ein. Ja, komm, hier. Bist du jetzt hin? Ja, nicht da. Warum nicht? Ab ihn. Ab ihn. Warte, wie mache ich das? Komm, los, vor, vor, vor. Wie kriege ich jetzt diesen Extraschuss zum Einfrieren? Ich frühe, nein, der ist eingefroren. Der ist nicht eingefroren. Achso, dann dauert schon nicht das. Nein. Chapitons. Ah, so ein Melee-Connect nicht. Ah, ich habe keinen Dash. Warte, habe ich nicht gerade einen Pistol-Gill gemacht oder wirst du mir den geklaut? Ich habe den Melee-Gill geklaut. Ah, okay, das erklärt mich, ich kugel nicht, aber nein. Erwischen? Du musst sowieso nachladen, damit... Ja, genau, ich habe mich hier gerade gefragt, wo das ist ja, fuck, ich darf nicht snipen. Ich habe meinen Turret kaputt gemacht. Frech. Ah, eine Sniper dabei zu haben, die ich nicht benutzen darf, ist frech, ne? Ja. Aufstars reingemacht, perfekt. Okay, ich habe einen. Jetzt gedrückt halten, genau. Da war eine Rocket, ich habe es richtig gehört, eine Gala Horn. Ich habe noch eine coole Idee erwischen. Ich pflanze über meinen Turrets hin. Cool, jetzt habe ich ihn eingefroren. Jetzt, jetzt wird ihm egal. Ich habe ihn aber eingefroren, das ist okay, ich habe ihn gekillt. Oh nein. Ich bin tot. Nein, ich habe ihn nicht. Wischen, da rechts kommt einer, nur falls du ein bisschen lässt. Wo soll ich hin? Da kommt noch einer. Da, ich bin da, ich bin da. Let's go. Jetzt habe ich einen Schuss, ne? Ja. Ach man, Licht sind es um ihn. Das andere da. Nein. Wischen, please. Ja, mein Schuss kam raus. Wie schnell ging der Schuss raus? Let's go, nice team. Dreh, nein. Ich habe dich getroffen. Videos. Ja, der lauft mich vor mich. Noch einen. Ey, die Pistol ist actually gut. Ja, ich sage, die ist geil. Das lustige ist, wenn der Turret steht. Ich werfe über meinen Turret sind. Let's go. Und ich hatte auch noch einen eingefroren. Nee, ich habe den Chain drin. Ich habe meinen Pistol-Buff. Ich habe auch meinen Pistol-Buff. Let's go. Ich habe Special, alles gut. Oh, ich habe rausgewechselt. Oh, please. Sag, du kannst einen einfrieren. Hier gerade noch nicht. Gleich aber, warte. Ich verliere meinen Buff, wenn ich den Waffen wechsel. Gut zu wissen. Ja. Ach, schade, ne? Ach, fuck. Hast du ihn nicht eingefroren zufällig? Nee, habe ich nicht. Boah, ich würde gerne snipen erwischen. Ja, ich weiß, aber nee. Ist nicht. Ich habe eine Idee. Der rennt ja immer weiter. Der rennt unter dir weg. Danach, please. Der nimmt, oh mein Gott, danke schön. Äh, der war nicht eingefroren. Das ist ein MyBad jetzt. Das war ein Reflex. Das tut mir leid. Oh, Favish macht sein eigenes Loader nicht richtig. Ja, das ist true. Okay, das verliere ich, ja. Ich habe sehr viel Special gelobt jetzt. Nice Team. Nice. Der müsste direkt da drunter stehen. Der ist besser als ich. Let's go. So eine Scheiße. Okay, ich habe einen damit. Da habe ich meinen Buff. Ah, von hinten. Oh, oh. Nein, der ist aber eingefroren. Snipe ihn losgewischen. Der ist eingefroren. Das darf ich. War da wirklich eingefroren? Ja, ja. Von der Old. Okay. Schau, der Turtle war ein bisschen waste. Ich kann nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Es ist, du musst dich übelst konzentrieren. Ja. Sniper, gib meine Cold Snap hin. Das Einzige. Ich muss mich, ich muss das wechseln, nachdem ich einen eingefroren habe, ist nicht drin in meinem Kopf. Und das Sniper nicht benutzen. Oh, das sind ein paar mehr. Oh, das sind ein paar mehr. Ich muss den aufladen. Alles gut. Ich habe meinen einen früheren Schuss. Von wo? Ach, von links drin. Lol. Oh, da kommen drei durch. Hätte ich da einen eingefroren, gekillt, wären sie alle eingefroren gewesen. Oh, nein. Hä? Wo ist er hin? Allo, da üben wir. Alter, der war nicht eingefroren. Der war nicht eingefroren erwischen. Wow. Oh, fuck. Merkst du es selber? Es ist so schwierig, das nicht zu machen. Ja, ja. Ah, ich habe daneben geschossen. Ich habe daneben geschossen, der Vision. Ich habe daneben gesniped. Ich bin so scheiße. Isikai ist tot. Ah. Oh mein Gott. Ich habe einen Frischuss. Wie weit geht denn der eigentlich? Oh, unendlich weit. Noch einen. Noch eine Minute. Er ist noch mal da vorne. Der war nicht eingefroren. Ja, schade. Nein, du bist eingefroren. Das ist so asozial. Nein, du Sackgesicht. Der Snipe mich erwischen. Mann. Das ist nicht so schlimm. So, ich snipe den einfach und sage, der war eingefroren, weil ich es nicht sehen kann. Ah, das ist so ein typischer Erwischen. Der war sowas von eingefroren. Ja, sag ich doch. Das sagt es einfach. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ha, schade. Ich hätte bestimmt, ich hätte einen Miele einführen können. Ah, das ist actually challenging. Ja. Aber für dein Brain, weil du die Sniper nehmen willst. Was? Warte mal, darf ich ihn eigentlich buddyen vor, dann mit der Pistol finishen? Was willst du? Ihn buddyen dann mit der Pistol finishen. Nein. Ah, warum nicht? Ich habe 26 Defeats geschafft. Let's go, ich habe 33. Ja, aber du hast auch 3 gesniped ohne Einfrieren. Mhm, oder mehr. Wahrscheinlich viel mehr. Lügner, 55. Oh, das ist ein paar mehr. Oh, ich wollte gerade snipen. Ja, ich auch. Ich habe es gerade wieder raus, wie du es gesagt hast. Ja, ich auch. Nein, Fusion. Jetzt ist es laut. Ich habe ihn nochmal einfrieren wollen, meine Stars ist schon schade. Let's go. Go. Töte ihn. Habe ich, habe ich, habe ich. Da kriegen wir den nächsten ein. Habe ich nicht. Ah, fuck, ich darf nicht schießen. Oh. Wir müssen noch ein. Please, 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 please. Oh mein Gott, danke schön. Damn. Der nimmt schon die Zone ein, wir gehen weiter. Ja. Komm, auf auf A. Hast du einen, ich habe einen Frischuss. Hast du Sniper already? Ich habe keinen. Ich habe Sniper already, ja. Nein, das ist nur gesloat. Ja, nein, das ist eingefroren. Aber du stichst. Warte, 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 warte. Den Zell wird eingefroren, oder? Ja, den Zell wird eingefroren. Okay. Der Torage steht drin, die müssten gleich. Ja, vor uns. Oh, fuck, erwischen. Oh, fuck. Ah, das sieht mich. Okay, so müssen wir es machen, wenn der eine ein Frisch ist oder der andere ein bisschen abrieren, so funktioniert das. Wir können uns auch einfach die Gesamzeit abwechseln mit dem Ein Frischuss. Jetzt bin ich auch down für. Oh, das ist ein One-Shot. Er hat mich verarscht. Wie habe ich den Melee drüber gemacht? Mann. Okay, das ist frech. Ich habe den nächsten Einen Frischuss. Okay. Ich habe auch noch einen. Den nicht, den nicht. Nimmst du den? Okay. Ich habe den neben. Nicht Führerschen, please. Haben einen Frischuss erwischt. Okay. Rein da, rein da, rein da. Ich dachte, wir nehmen uns hin. Ah, du hast den. Ich habe ein anderes Problem. Ich wurde von einem Melee oder Nate gepusht. Ich habe einen Frischuss. Den auf B erwischen. Ja, B. Hast du auch einen Frischuss? Ist er eingefahren. Ja, ich habe auch einen Frischuss, genau. Ich habe noch einen. Über dir. Mein Melee will nicht. Ist er eingefahren. Nice. Ha, ha. Der hat's gegen das Outside, oder? Der auch, der auch. Ein, ein. Komm, links Outside, please. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Was? Nex. Auf die Range kann ich einen einfrieren? Du kannst auf jeden Range einen einfrieren, auf jede. Okay. Da war eine Nova. Habe ich doch gerne abgefangen. Der ist besser als ich. Nice Team. Über rechts sind Mech richtig, er ist rechts Mech. Ich habe ihn eingefroren. Ich habe ihn eingefroren. Let's gooo. Ah, wenn es nur gesloten wird, wäre es so viel schöner, ne? Sloten schaffe ich. Ey. Eine dumme Idee, doch. Ich weiß, ob die funktionieren wird. Ich darf ja nicht, ich darf ja nicht, ich darf ja nicht, ich darf ja nicht, ah, bin auf dem Weg, Sombra. Oh, fuck. Das war seiner, nicht meiner. Ich habe mich gejumpft. Nein, er dreht sich wirklich schon wieder um. Ah, der Startschuss, bis er ready ist, ich fände es cooler, wenn er direkt ready wäre mit dem nächsten Schuss. Aber anders ist es auch ein bisschen schwierig. Oh, das Nachladen. Ja, aber das wäre auch ein bisschen schwierig wieder. Ich finde es okay, weil das Nachladen dauert nicht so noch nicht lange. Geht. Das sage ich ja. Ohne, das wäre es wieder schwierig. Ja. Ich habe ein paar Kills gemacht. Ich weiß nicht, wo ich meine Turrette hingeworfen habe. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich gebe es offen zu. Haha. Oh, wow. Wie viel range? Nein, der war auch eingefroren. Scheiße. Hätte ich killen dürfen. Auf dem Weg. Schade. Das ist zu viel range. Abgelogen, das überragende range. Ich gebe zu erwischen, das war ziemlich lustig. Ja, ich sag doch das. Da kann ich nichts gegen sagen. Das war ziemlich lustig. Ich bin zwar oft gestorben, aber es war ziemlich lustig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020